yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren auf ssio beinchen heißt der song ist am start alles oder nix records ich mache kurz leute kurz die farbe noch mal ändern werden ich wechsle die ganze zeit die farben alter richtiger farben freak ich mache so aber so ist zu hell oder ich glaube so zu hell leute machen ein bisschen bisschen weniger okay das sollte so klar gehen ssio ist am start beinchen heißt der song leute let's go wir gehen auf jeden fall ganz kurz erstmal in die infobox rein bevor es losgeht alles oder nix records ist da okay jetzt überall stream direkt ist das ganze bei leroy großes dankeschön an royal donuts alles klar okay ich bin gespannt es ist videos diesen anders okay haben wir schon gesagt production house producer ist jennifer horst ach so das ist nur video ich bin ja beat beat ist von reef okay sagt mir persönlich gar nichts aber okay herr make-up ist sogar alles drin amira hat sogar make-up gemacht leute soll das auf jeden fall dazu wir geben uns jetzt den song let's ach du scheiße let's go alles oder nix oha neues intro neues intro nicht mehr dieses dieses old school dingens ich muss sagen die qualität gerade von der schrift sieht nice aus aber diese old school dinge dingens das war alles oder nix ich mag das nicht immer bei den intros gewechselt werden auf einmal alles neuer wird dieses video warnung dieses video beinhaltet beinhaltet intensive lichteinwirkungen und sehr schnelle bildwechsels musik ist keine kunst und dient zur erniedrigung deiner persönlichkeit und dient zur erniedrigung deiner ich zeige es jetzt ihr kennt doch diese diese epilepsie warnungen zu ich muss sagen bisschen geradezu hart bisschen geradezu hart aber es hat es ist humor leute es hat sein humor okay let's go let's go digger warnung haltet intensive lichteinwirkungen und sehr schnelle bildwechsels musik ist keine kunst und dient zur erniedrigung deiner persönlichkeit ist ein aon tube dicker ich muss mir hier jetzt alles angucken aon is da dieses video unterschreibt dieser youtube unterschreibt bei hat sie ist nicht aus bonn einfach unge 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 reagiert auf sie und hat auf tour mit den rappern ich muss ja alles angucken leute sorry wie werde ich so stark wie cio i don't know what he's rapping about but i think it's about how he's financially supporting his sister girl in dem video aber meiner mutter sie gezeigt sie arbeitet jetzt im bonn 17 nein 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 leute diese videos die nehmen wir haben fast 2 uhr nachtiger ich kann jetzt nicht hier rumschreien alter ok leute wir haben zu viel geredet aber ich muss mir halt immer alles angucken die bio rauche babax in der tv show opa rapper von streaming hits und kopieren dann riesig so habe btm einfach doch bin auf kino trailer mein mark depression demnächst im kino er hat auf jeden fall glatz jetzt es er ist der neue katar der neue katar ist am start was soll ich dazu sagen ich fühle ich feiere einfach sein humor und seine art ok ok also ich muss sagen musikvideos von cio sind deutschrap technisch ich glaube wirklich die allerliebsten musikvideos die ich mir angucke deswegen pausiere ich ja auch gerne öfters und gucke mir alles genauer an junge aber das ist jetzt normal hier alles nicht dass ich was verpasse ich habe eine neue nummer eine neue nummer wenn ich so sind karte bei cc denkt daran er wechselt jeden tag sim karten okay geh mal ein stück zurück haben bei deiner bitch ein magnet effekt wenn du sie heute abend küsst kann es sein dass sie nach penis schmeckt weil ich aussehe wie robocop habe ich dein zwischenfels kaufe klicks bei was stand da was stand da zio 53 ok jetzt hat er was von klicks kaufen gesagt jetzt hat er was von klicks kaufen gesagt ok dann ist das die hook in der wir drin sind aber der beat jungen der bieten dieser techno style im beat irgendwie ist was anderes das mal was ganz ganz anderes digga ich sag mal so sachen die anders sind sind immer gut weil das mal wieder was neues ist oder was selten ist es besser gesagt aber solche beats kennt man von ssu hat man schon ein zweimal gehört ein zweimal ist gut ich muss hier weg ich muss hier weg ach du scheiße junge dieser glatz kopf jung ist hier macht einfach alles richtig wisst ihr warum weil humor und comedy und dann noch so ernst genommen zu werden im deutsch rap er hat einfach gepackt er hat einfach so ein humor den einfach gefühlt jeder feiert jeder feiert okay manchmal übertreibt aber jeder feiert ihn und er bringt diesen humor in seine songs einfach rein in seine videos das waren danken hier royal donuts dank an royal donuts der jungen das ist doch selten placement hier könnt ihr mir sagen was ihr wollt wenn das ist selbst digga jungen aon ist ganz anders digga letztens ratar und zio mit anter die sind auf ganz andere song richtungen ich mache videos für only fans bonhub bis à glisson oh shit dicke frauen du noch heute jetzt anmelden Nein, Junge, tschüss. Wo war ich denn jetzt? War ich hier? Okay, Flowwechsel ist auch da. Es ist geil, das Video ist einfach wieder komplette Unterhaltung. Komplette Unterhaltung, seine Videos. Seine Videos sind einfach unbeschreiblich, Digga, unbeschreiblich. Ich hoffe, es wird nicht gesperrt. Ich muss ein bisschen öfter pausieren, aber ja. Flex, Black, Matt. Flex, Black, Hack, Mac. Dein Rücken will reden, nur tot Red, hat, hat, hat. Beinschie, Beinschie, ich stelle ein Beinschie. Okay, wir sind in der Hook. Ich muss sagen, dieses Beinschie, Beinschie, ich gönne ein Beinschie. Ich fühle Wiederholungen nicht so krass in Hooks, aber zusammen mit diesem Techno-Beat hat das schon was, muss ich ehrlicherweise zugeben. Beinschie, Beinschie, ich stelle ein Beinschie. Beinschie, Beinschie, ich stelle ein Beinschie. Beinschie, Beinschie, ich stelle ein Beinschie. Er macht den, er macht den Luciano-Tanz. Er macht auf jeden Fall auch, hier, Luciano-Tanz ist auch auf jeden Fall da. Luciano, beziehungsweise auf Drill, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Digga, Haare sind auf jeden Fall auch am fliegen, Leute. Okay, wir sind jetzt wahrscheinlich am Ende vom Song angekommen. Es war ganz anders, Leute. Es war einfach nur anders. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen lassen. Daumen nach oben da. Macht's gut, haut rein. Ciao.